Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets, da ist wieder Manke Hengelpil, wieder jetzt endlich in Cuphead. So, nach endlichen Besiegen von dem Typen da, geht's endlich weiter. Wo wird's, was fehlt uns denn überhaupt noch? Die zwei haben wir, den Typen haben wir auch, das Mausoleum haben wir. Was fehlt uns denn jetzt noch? Also, das ist das dann, das will ich nicht. Okay, da ist noch ein Boss. Ja, da oben wären wahrscheinlich noch welche. Aber ich hätte gesagt, wir machen das, weil ich weiß, wer das ist. Es ist wieder ein Fluglevel, und zwar Kala Maria. Bin gespannt, wie ich mich gegen die schlag. Ja, Rikon, alles. Passt, muss ich jetzt nochmal gucken, schadet nie. Gut, dann schauen wir mal. Hey, Lady. Sie ist auch cool, ehrlich gesagt. Oh, hey. Okay. Okay. Gleich mal ein Hitkuss. Oh, Mist, ich hab den falschen Dings noch. Oh, Mist, ich hab noch diesen Perk drin, dass ich... ...der drei Sachen aushalten kann. Oh, Mist. Okay. Okay. That's new. Möchtest du es töten? Okay, wir waren aber trotzdem... Oh, ich möchte sicher jetzt halber... ...das Dings rausgeben. Den Charm. Äh... First Parrymove is automatic. All you need to do is jump, smoke bomb, Western, Kaffee. Okay. Probieren wir das mal im Flug, weil im Flug brauche ich den, äh... ...diesen... ...die Smoke Bomb eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht... ...vielleicht kann ich meine Super dadurch ein bisschen schneller aufladen. Oh ja, kann ich eindeutig. Zumindest empfinde ich das so. Ach, heilige... Ja! You know what? Bombe! Boom! Oh, okay. Zu nah sollte ich auch nicht an sie ran. Aber das geht viel besser so. Das geht dann schon schneller. Bombe! Booyah! Echt? Diese Geister? Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht, wie ich den gescheit dodgen kann. Wie muss man die triggern? Die Geister sind... Oh, sie regt mich mal nicht zumindest so oft wie der Roboter. Okay. Besten ist stehen bleiben. Okay. Nicht so schnell und so hektisch bewegen. Oh. Oh, das dürfte die zweite Phase sein. Irgendwie schaut sich schon cool aus. Schnell, 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 schnell. Okay. Passt. Will you die, please? Okay. Er died. Okay. Last Phase. Okay. Okay. That's cool. Oh, ich war ziemlich knapp jetzt dann. Aber okay, so... Okay. Diese Bubbles sind echt nervig. Oh mein Gott, man kann sich nicht schnell genug befreien. Ich muss wirklich schauen, dass ich es überlebe mit zumindestens zwei HP in die letzte Runde. Es ist immer diese erste Welle, die... Okay, ich brauche zwei HP für die letzte Phase, sonst schaue ich das nicht. Na komm. Okay. Natürlich gleich den gelben Fisch. Aber nicht zum Beispiel den roten oder so. War der viel einfacher, ne? Wie kann man... Das ist eine nervige Kombi. Oh, das war knapp. Okay, rote kann ich ganz gut ausweichen. So. Damage raus und schneller. Komm mal, mach das. Das war knapp. Das war super knapp. Okay. Second Phase. Du hast die zweite Phase gefällt mir einfach. Oh, gut. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Okay, zwei HP in die letzte Phase. Okay. Oh mein Gott. Das war toll. Super toll war das. Man. Okay. Yes, Knockout. Woo. Oh, sie spielt die Geige. Okay. Das war schöner. Das war... Die war wenigstens... Da war es fair. Da war es fair, muss man zugeben. Nicht so wie beim... Bei einem gewissen Roboter, der unfair war. Aber ich habe es geschafft. Ist egal, schaffen wir. Passt schon. Recording läuft auch schon. Passt. Läuft alles super, ey. Gut, nächster Postdown. Kapitzt. Calamaria. Haha. So, was fehlt uns? Nein. Hier fehlen uns zwei Sachen noch. Zwei Sachen fehlen uns noch. Okay, wer fehlt uns jetzt noch? Da fehlt uns noch eine. Das ist diese Theatertante, die ich nicht kenne. Wirklich gescheit. Bevor wir was machen, ich gucke mich noch kurz hier unten um. Dich Hammer. Dich Hammer. Habe ich hier unten was vergessen? Nein. Den Boss Hammer. Den Level Hammer. Das Mausoleum Hammer. Ist das was? Nein. Sonst gibt es da aber nicht wirklich was. Okay. Machen wir mal Dramatic Fanatic. Sully Stageplay. Und ich glaube, ich habe die falschen Schüsse drin, oder? Kann das sein? Was habe ich überhaupt für Schüsse? AMP Shooter. Passt eh. Okay. What? Okay. What the heck? Nein, ich habe die... Oh mein Gott, nein, nein. Exit to me. Nein, ich habe nicht einen Smoked Ash drinnen. Ohne meinen Smoked Ash. Aber ich hatte eh das drin. Okay. Nein. Smoked Bomb. Die muss sein. Wenn ich den nicht habe, dann ist es aus. Vergesst mich. Mitten in der Wedding gestört bin ich eigentlich auch nicht böse eigentlich. So, okay. So. Oh. Ohle. Genau wegen dem. Ohle. Oh, ich bin das Sinkina. Pew, 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 pew. Okay, Pistu. Ah, okay, Pistu. Bye. Oh, next to stage. Oh, hole. Okay, sie macht wieder zu selber. Oh, hole. Oh, god dang it. Einer P. Und in die letzte Stage. Okay, da schieße ich jetzt das lieber. Oh, hole. Oh, hole. Oh, hole. Oh, hole. Oh, mein Gott. Okay, die Welle habe ich schon gesehen. Oh, wir waren noch nicht mehr in der letzten Stage. Ach, du Heilige. Holy cow. Holy cow. Die Babys. Die Babys. Come on. Dang it, Babys. Na komm, Sally. Warum hat es hier eigentlich Schulden beim Teufel? Das wäre eigentlich wissenswert. Das wäre mal toll zu wissen eigentlich. Diese Backstory, warum die eigentlich alle Schulden haben. Das war knapp. Come on. Warum haben die so viele Babys? Stop it. Ich habe die Ratte nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät gesehen. Oh mein Gott, das erwischt mich auch. Okay. Sally. Ziemlich, ziemlich erneuigen, ja. So, ich würde sagen, die Runde versuche ich noch. Und dann... Wenn ich die jetzt nicht in dieser Runde besiege, was super cool wäre. Dann lasse ich den Part mal beenden. Okay. Die Phase geht einigermaßen. Ich würde sagen, wie ist es halt so cool. Okay. Okay, das war wahrscheinlich ein Fehler, dass ich dich da hingestellt habe. So. Okay. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. So. Oh, oh. Okay. Gut, gut, gut. Oh Gott. So geht's auch. Stirb. There you go. Last phase. Keine Ahnung, was passiert. Okay, ich bleib bei meinem Chaser, glaube ich, gerade. Oh. 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 Wow, ich hab's wirklich schon. Oh mein Gott. Perfekt. 23 Minuten Laufzeit. Oh mein Gott. Und ich glaube, ich hab beim Vorhang noch ein paar Sachen zum Ausschneiden. Also es wird vielleicht ein 15 Minuten Part oder so. Also es wird perfekt. Einmal pariert habe ich okay. Oh. 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 Everybody's Favorit nämlich. Der Zug. Der fehlt mir jetzt gar nicht. Das ist jetzt der letzte, oder? Nur mehr er und dann stehe ich vor, äh, Mr. King Dice. Hoppla. So, aber ich hätte gesagt, ich mache hier auf jeden Fall jetzt einen Schnitt, ja. Und mache den Zug komplett in einen eigenen Part, weil ich würde es sicher länger brauchen als nur einen Versuch. Also hätte ich gesagt, mache ich hier einen Schnitt, Leute. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und wir sehen uns alle im nächsten Part, wenn wir fahren, also. See ya! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.